Super Location mit dem Blick hier über das Ruhrgebiet. Das passt zum NWB Verlag, der ja bodenständig Steuerrecht betreibt. Eigentlich wäre ich jetzt im Urlaub und dann habe ich gesagt, nein, ich fahre nicht, weil mir das wichtig ist, mit anderen Menschen vom Verlag mal zu sprechen in dieser Atmosphäre. Und wie könnte es schöner sein, als es heute ist? Es ist ein großes Wiedersehen. Man sieht viele Leute wieder, die man lange Zeit nicht mehr gesehen hat. Man tauscht sich erst mal privat aus, aber dann natürlich auch über fachliche Dinge. Es gibt eigentlich nur eine große Freude, dass es diese Treffen wieder geben kann. Dass ich so ein bisschen dazu beitragen konnte, dass wir auch abteilungsübergreifend miteinander ins Gespräch gekommen sind und die Kontakte eben auch voneinander nutzen können. Das hat unglaublich Spaß gemacht. Man merkt, dass NWB eine familiäre Atmosphäre hat. Und was mich sehr beeindruckt hat, war heute auch so ein bisschen die Geschichte von NWB kennenzulernen, die ich so nicht kannte. Die Herausforderungen sind groß und ich finde es einfach klasse, wie dieser Verlag über 75 Jahren sich entwickelt hat, die Transformation zu digitalen Medien geschaffen hat und ist mit den Herausforderungen und den Ansprüchen, die bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern gewachsen sind, auch mitgewachsen. Das ist die Zeit. Das ist die Zeit. Die Entscheidung.